Ich muss etwas für die Frau in meinem Leben ein bisschen holen. Aber eine von ihnen. Herr, ich bin sicher, dass wir dir helfen können. Was ist das denn? Immer wieder Daniel Rouse. Inspektion des Jureliers. Schau, ich habe nur ein paar Millionen Mexikaner gekauft, weil ich das Haus ihrer Freundin verbringte. Ich muss hier nicht schlafen. Welcher Mexikaner? Martin Madrazo. Er muss nicht sehr gut sein sein. Oh, ich habe ihn kennenzulernen. Was denkst du? Oh, um... Entweder wir ein Bank in den Sticks, oder wir machen eine Karte. Welche du möchtest? Welche Karte ist meistens einfacher. Aber ich muss einen großen Geist machen. Oh, das ist ja so. Dann gehen wir in Vangelico. Und wir kaufen uns einen Engagementsring. Und wir brauchen eine Karte. Ich kann ein paar von den alten Leute auswählen. Es gibt keine alten Leute auswählen. Und Moses hat Jesus gefunden. Jesus, äh... All diese irischen Verlusten, die einfach nur auswählen. Die Karte aus dem Süden, die alle runtergingen. Es gab einen österreichischen Europäischen Mann, der in der Libertad-City macht. Aber... Ja, er ging ruhig. Und den ist es auch still geworden. Alles klar. Gut, wir werden... Hast du noch einen Karte-Tags und LLS, oder nicht? Ich habe mit jemandem gearbeitet, aber sie sind zu unprediktabel. Ich muss auf einige andere Leute kommen. Wir gehen nach Little Portola. Die FIB-Buddies, äh... Know you're back in business? FIB-Buddies? What are you talking about? I checked out the WPP thing. Doesn't look like any WITSEC program I'm aware of. Well, for starters, they don't put witnesses up in multi-million dollar mansions in Rockford Hills. Oh, maybe they thought this would be the best cover. And most witnesses don't transfer five-figure sums into a particular FIB agent's bank account every month. Of course, the money gets moved around and washed through a number of fronts, but the trail is there. Deposits and withdraws, the same sum every month. Agent Dave Norton, white middle-aged divorcee, unremarkable career, except for one incident. The shooting of a notorious stick-up man, Michael Townsend. Yeah, 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 all right. Lester, I'm very impressed. Look, we can talk about this another time. Take these glasses. My eyesight's fine. They're fitted with a camera and a radio relay. I'm going to run the operation from the car while you're in the store getting what we need. Oh, my freedom! Okay, let's get this done. Oh, how do you get this? We'll get this one. Yeah, we'll get this one. You're waiting for the camera, the light bulb, right? I'm going to see you next time. Ah, do you see me? Okay, we'll get this one. So, look at it. Okay, look at it. No, I'm wrong. Have you read it? You read me? Sure. Ah, okay. Okay, okay, dann müssen wir erst mal Fotos machen. Machen wir das mal unaufällig. Mit einer Brille, oder? Ist ja nicht so unrealistisch. So. Achso, ich soll reingehen. Okay. Muss ja nicht gleich so ausrasten. Sir, danke. So. Okay. Kamera, Kamera, Kamera und Lüftungsschacht. Ja, mal eine Kamera. Wir sind wieder perfekt. Wir sind fertig. Schauts kommen durch. Kamera, check. Alarm, check. Vents, check. Check. Gut, work. Now speak to the assistant and see if there's anything else we need to know. Okay. Gute Nacht bisher. Kau. Okay. Kann ja doch schamant sein, wenn er will, ja so ein bissl zumindest. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, steig wieder in deinen Wagen. Na, das hat sich da erstmal gelohnt, hier vorbeizuschauen. Äh. Okay. Gefällt mir auf jeden Fall, wie die das hier angehen und wie das hier gestaltet ist. Ja, ja, ja. Ein hier. Geh auf den Block und schau einen Weg nach dem Ruf. Okay. Finde einen Zugangspunkt zum Dach. Tja. Also hier sieht schlecht aus. Schau, da, ein paar Konstruktion. Ja, wenn sie das Ort haben, kann ich mich auf den Ruf. Ja, das ist gut. Okay, gehen wir mal rein und gucken mal. Ja, gehen wir mal rein. So, ihr geht mit der alten Kru? No, nachdem ihr Todeslash-Dissappearance nicht mehr haben, dass wir uns zusammenhängen haben. Ja. Ihr habt ihn überhaupt nicht gesehen? Nach dem Ruf? Ich habe ihn ein paar Tage gehalten, um zu wissen, dass er mich nicht verraten hat. Ich habe einen Ruf gesehen. Ich habe ihn auf den Ruf gesehen, um auf den Ruf zu sehen. Ja, wo er ging? Nord, Süd, 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 wo es gab, 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 wo es gab. Wo haben sie ihn? Wer ihn? Wer ihn? Nicht so weit, wie ich weiß. Er ist dann wahrscheinlich ein John Doe, oder? Was denkst du? O.D.? Schussball? Vielleicht nur ein Auto-Krash, oder? Anonymous-Schwolle auf der Straße. So, was für ein Zufall, dass er so eine Baustelle ist, haben wir Glück gehabt. Ich muss wissen, wo das Luft, der aus den Winden in Vangelico originiert. Es sollte ein Unit über der Straße sein. So, beginne ich es nach oben und schieße ein paar Bilder. Okay. Hm. So, wir sind jetzt noch höher? Aber hier rüber müssen wir doch in der Lage sein, hier hochzukommen, oder? Guck mal. Hey, ich sehe die Winde. Ja, ich schaue auf den Relay. Könntest du noch höher? Ich habe eine Satellite-Image abgenommen. Es sieht, wie der höchste Punkt ist auf der Nordwestseite. Geh einen Schuss von dort. Da hinten, oder was? Ich gucke mal. Ich muss mal schauen. Gibt es denn mal aus? Okay, alles klar. Wir sind da rüber. Ja, das ist immer ganz agil, der Gude. Was macht der denn? Ey. So, dann hoch hier. Ne, hi. Wir müssen hier rüber, müssen wir hier rüber, müssen wir. Ah, guckt mal. Das ist cool hier. Können natürlich auch von oben reinkommen. So, hier lang. Dann haben wir hier eine Leiter. Und das ist anscheinend der höchste Punkt, von dem er erzählt hat. So, hier lang. So. Und dann jetzt hier noch drauf, anscheinend. Oh, hier kommen wir nicht hoch. Moment, muss man hier gucken, wahrscheinlich. So, das soll es aber jetzt gewesen sein, oder? Ja. Ja. So, steig wieder in deinen Wagen. Na ja, runterspringen lasse ich mal lieber wieder. Ne, das lasse ich. Das haben wir jetzt ja gelernt, dass das nicht so gut gehen wird. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwo noch eine andere Möglichkeit wieder runterzukommen. Muss ich jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen, wahrscheinlich, ja. Ja, sieht so aus, sieht so aus, sieht so aus. Naja, gut. Leute, rennen wir mal schnell zurück hier. Ich versuche jetzt ein bisschen schneller zu machen. Das ist halt auch nicht das Schnellste, der Michael. Müssen wir noch ein bisschen Fahrrad fahren, oder so? Ein bisschen Tennis spielen, keine Ahnung. Oh. Ja, 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 ja. Stress mal nicht. Ich meine, der hätte ja auch nach oben gehen können, aber gut. Wir haben halt äußerlich wirken... Ja gut, das hätte er aber auch selber machen können, das stimmt. Das ist mir ein Jubilier, da sehe ich ein, dass wir das gemacht haben, weil wir da einfach ein bisschen seriöser rüberkommen als der Typ. Wenn er will, da kann sich der Michael ja ganz gut verkaufen, auf jeden Fall. So, hier runter jetzt bitte. So, hier auch bitte noch. Mag ich irgendwie runterrutschen? Ich will gleich mal. Okay, schade. So. So, dann gehen wir mal wieder zum Lester, den guten. Das hat ja erst mal gut geklappt, aber das war jetzt ja alles jetzt nur für die Vorplanung gewesen. Das ist ja natürlich notwendig, ne? Sieht mal, wie sowas abläuft. Oh, grüß dich. Hier, gehst du deine Schlafen zurück. Lass uns zurück zur Garmentfaktorie. Ich kenne mich vor und sagte ihm, die Informationen zu starten. So, wie gibt es so Textilfabrik? Alles klar, das ist eine Textilfabrik. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Ja, gut, Bahnhof Konzern ist gewesen. Was ist das? Was ist das? Nothing that'll cause undue complications. Ja, das look like a simple setup. Cameras broadcasting to a remote server. We might be able to wipe them remotely. Security guard on the door. He won't want to die for rich assholes to rub his nose in it. Good. Alarm system's linked to the door lock. We'll get a good window. Someone talented hacks it. Anything else? Well, the more valuable merchandise is in the cabinets in the center of the store, by the register. So I'd start there. Glass in the cabinets wasn't bulletproof. Means you can smash them easy enough, but the stones will be in the safe at night. So, we go in when it's open, then? Right. Once we melt down the gold, recut the rocks, that's an okay score. Yeah, shame we can't go in after hours, man. Those vents look promising. Maybe I can flip that another way. I'm listening. Wait till we get back. About the crew. Yeah. There's this kid who's been helping me. Maybe we can cut him in. I don't work with amateur. He ain't an amateur. Or if he is, he's a gifted amateur about to turn pro. He's a good kid, Lester. You know what they say? It's your funeral. One of them at least. Ha ha ha. Ja gut. Ja, lass mal Franky noch mit ins Boot holen hier. Find ich gut die Idee. Gefällt mir. What are the photos? My, uh, workers have their uses. Okay, let me set this up. Ha ha. Nice to see the methods have ever changed. Well, we gotta figure out what we're doing somehow. All the crews, the roles, prep work. Don't leave evidence behind on a hard drive. So yeah, the, uh, methods don't change. Right, not for a pro. Ha, well, mapping out the options, showing you all the angles, that's my area of professional expertise, making decisions. That, that stuff's cool. That, is your domain, my friend. Here. Okay, cool. There's two ways I see of doing this. We go in smart, or we go in loud and dumb. Remember the vents? If we're gonna be smart, we pump a little knockout gas through the air system, then hit the cabinets while everyone's out. You'll have to source the gas, of course, but crowd control won't slow you down, and that might improve the take. The cover is pest control, so no one will look twice when you're wearing gas masks. It means getting a pest control van, though. You go in dumb, and you'll need your, uh, famous way with people and four carbine rifles. We can't buy them and risk them getting traced. No, 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 we've got to find some in circulation. It's awkward, it's, uh, real awkward, but this is the gun favored by LSPD tactical teams, so one of their vans is probably a good place to look. A hacker can disable the cameras. The length of time depends on their ability. The alarm will be operating on the same window. The exit strategy is more or less the same for both options. The driver you pick will, of course, source some bikes. You come out of the store and make your way through the new subway tunnel they're digging off the Del Perro freeway. You lose the cops in there and meet a truck in the LS River. All right, I want my guy Franklin on the getaway. He can handle a bike. All right, if you vouch for him, I'll take the risk. So how do you want to do this? Run into the front door or try to play it smart? Puh, das ist schwierig, Leute, das ist schwierig. Tschüss. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.